Liebe Lüth, diesen Samstag unbedingt, Drabliebe, was mache ich? Ich mache Yoga. Yoga ist nicht irgendetwas mit Quarkkulturen oder so etwas. Es ist eine Kultur aus Indien und das ist eine Art, ja, das müsst ihr sehen, diesen Samstag, ich werde es euch dann erklären, oh, dass der Held, wie das genau funktioniert, ihr müsst, Drabliebe, ich bin sowas von ungelenkig, die zwei Frauen machen mich fertig, ich sage es euch, diesen Samstag, Yoga, lasst den Joghurt mit uns sein.